Hallo, hi. Guten Tag. Ich kann mich an die Webetrugfahrten erinnern, die waren immer ein Highlight. Das ist immer eine super Aktion, dafür eine Woche hinzufahren, musikalische Stücke und Theaterstücke einzuproben. Der Musik von Herrn Schramm, durchgängig, eine Komödie. Es gibt schon viele schöne Erlebnisse. Ich habe ja hier in der Schule sehr viel mit Skifahren gemacht. Die Arbeitsfrühstücke waren immer super. Abkürzung von Frau Kaut, KDV, kannst du vergessen. Auf jeden Fall die DS-Zeit in der Oberstufe. So gerade im Dachshundspiel und Deutsch wurde ich sehr gepusht. Auch der Unterricht bei Frau Illing war immer im Nachhinein sehr lustig. Man hat immer eine Story zu erzählen bei ihr. Es war sehr lehrreich, aber manchmal auch sehr hart. Die Klassenfahrt nach Bad. Frau Kaut, Frau Lange. Aber Frau Kaut, positiv und negativ. Also, ja, ja, wir sind so. Ne, Bini. Frau Lange und ich verbinden auch so ein sehr inniges Verhältnis. Sowohl positive als auch negative Zeiten haben wir durchlebt. Herr Helms hat Scooter an die Schule geholt und wir haben schön in der Aula mit Scooter und Herrn Helms gefeiert. Ciao, ich bin Johanna. Ich habe letztes Jahr mein Abitur gemacht und war in Tudkorelik, also im Geschichtspurt. Und danach habe ich mich entschieden, ein Auslandsjahr zu machen. Und zwar habe ich mich dann für Palermo, also die Hauptstadt von CC, entschieden. Und hier lebe ich jetzt für ein Jahr und mache ein freiwilliges Soziales Jahr in einem größeren Sozialzentrum. Und danach werde ich dann noch wahrscheinlich für zwei Monate nach Lampedusa gehen und mit Flüchtlingen arbeiten. Und ja, mir macht Spaß. Viele Grüße von hier. Okay, hi, ich bin Maxi, habe mein Abitur im Jahr 2015 gemacht am schönen Matthias-Claudius-Gymnasium in Gern. War im Tod Harms und ja, jetzt bin ich gerade in Südafrika, mache hier meinen Freiwilligendienst, arbeite mit Straßenkindern. Und ja, ich möchte alle ganz herzlich grüßen. Irgendjemandem ist im Unterricht eine Packung Tic Tacs runtergefallen und wollte sie wieder aufheben, nachdem sie, also nachdem die ganze Packung ist aufgegangen. Irgendjemand wollte sie Tic Tacs mit offen aufheben und Herr Kitzel sagte, Nico, du kannst deine Viagra später wieder aufheben. Der Abi-Ftreich, wo wir den Mini ins Lehrerzimmer gerollt haben. Zumindest gehört, dass Herr Weber sich im Chemieunterricht angezündet hat, aus Versehen. Die Berlin-Fad-Würgenmusikleistungskunde war schon ganz witzig, ne? Das Wichtigste Erlebnis am MCG hier war, als Janko gesagt hat, ich bin verheiratet und das war nur als Spaß gemeint. Und am nächsten Tag haben wir alle zur Hochzeit gratuliert. Eigentlich war jeder Tag hier witzig. Ich bin hier jetzt, ich bin 18, ich habe letztes Jahr am MCG mein Abitur gemacht. Ich war am Tisch von Frau Brammer, schöne Grüße an Frau Brammer und an Frau Bergmann. Seit September bin ich in Australien für acht Monate, noch bis zum Mai jetzt. Und ich mache Work & Travel. Momentan habe ich zwei Monate Aufer eingeschoben und hier sehe ich hier auf einem von vielen schönen Stränden von Philipp Eilig im Hintergrund. Guten Tag, ich bin der Christian. Ich habe Abitur gemacht 2015 am MCG. Und jetzt gerade stehe ich hier auf unserem Balkon in Jerusalem, weil ich hier arbeite in einer Einrichtung mit Behinderten bis März. Aber dennoch vermisse ich das MCG. Und ich schule natürlich sehr viel. Aber mir geht es ja auch gut. Lieblingsleder. Herr Düserreich. Ja, Frau Kaut natürlich, Bienchen. Ich habe schon erwähnt. Herr Winter und Frau Deime-Schulte. Und Herr Muschick. Und Frau Deime-Schulte. Ja, Frau Deime-Schulte war schon der Burner. Herr Fräser hat auch gefetzt. Herr Bender und Herr Warnke, die sind schon auf meiner Top 10. Ja, so mein Highlight war so der Kalkbrenner-Unterricht. Na, Herr Hoppe, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Herr Kalkbrenner ist auch schon weg. Die Highlights habt ihr also verpasst. Felix Mayer, von dem ich so gut wie alles in Musik gelernt habe. Frau Eiling, ich mag das, wenn Menschen streng mit mir sind, weil ich kann nur so, das geht nicht. Und Frau Langner, danke, dass Sie mir so viel übers Leben beigebracht haben. Ich mag die Frau Kühn und ich mag die Frau Mende und ich mag die Frau Geisermann. Konnte ich mir keine bessere Bildung vorstellen. Hallo, mein Name ist Maike und ich bin hier gerade am Takapuna Beach in Auckland in Neuseeland. Ich habe hier seit fünf Monaten jetzt schon einen Job als Au-pair im Norschau und sende natürlich liebe Grüße zurück ans MCG. Danke, guck mal. Und der Max ist auch hier. Max, was machst du denn da? Wo schön sammeln. Und als nächstes, wo geht es für dich hin? Ja, nach Fiji morgen. Da das hier ein Grußvideo ist, grüßen wir natürlich die ganze Lehrerschaft des MCG. Und Floris natürlich auch. Die Abiturienten und sagen Tschüss aus Neuseeland. Hi, wir sind Frizi. Ich bin Stefan. Und Chantal. Wir haben letztes Jahr unser Abitur gemacht. Und jetzt befinden wir uns hier mitten in Australien am Katatüter und am IS-Rock. Genau. Danke. Tschüss. Tschau. Hat mich in meinen Interessen gestärkt. Hat sich gelohnt. Also MCG hat sich wirklich gelohnt. Elitär auf jeden Fall. Hervorragende schulische Ausbildung. Ja, hervorragende Vorbereitung für die EGS-Müheberg. Auf jeden Fall so gute Freunde wie Ella, die lernen nur auf MCG kennen. Hier sind so liebe Menschen auf der Schule. Es war immer so, dass man die Dinge selbst erarbeiten musste. Und ich finde, das ist auch einer der Dinge, die mir jetzt unglaublich viel helfen, auch im Studium. Dinge zu hinterfragen, Diskussionen anzuregen, irgendwelche Sachen nicht blind zu glauben. Hi, liebe MCG. Ich bin Frederika, habe 2015 Abi gemacht und sende euch ganz liebe Grüße aus Everdeen in Schottland. Ich mache hier für 12 Monate einen Freiwilligendienst, das heißt, ihr arbeitet tatsächlich mit Autisten. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß. Und wenn ich euch eins sagen kann, dann lasst euch bloß nicht von irgendwem von eurem Weg abbringen. Wenn die Schule mal nicht so läuft, ist nicht so schlimm. Wir haben es alle überlebt. Und ja, geht einfach euren Weg und macht, was ihr wollt. Ja, liebe Grüße als MCG. Ich habe ja 2015 mein Abi gemacht. Mittlerweile studiere ich an der Hochschule Hannover Integrated Media and Communication. Also eigentlich irgendwas mit Medien. Und da es eben ein dualer Schwinggang ist, arbeite ich nebenbei hier in Berlin bei Exit, einer großen Werbeagentur. Und plane eben als eine Art Eventmanager Projekte für Google, Kongstar oder Rewe. Ich möchte auf jeden Fall Herrn Duda und jetzt Herrn Behren grüßen. Und ja, ich studiere jetzt Germanistik und sie haben mir sehr geholfen. Frau Ostermann möchte ich mal grüßen. Guten Tag, Frau Ostermann. Und dann grüßen wir noch Frau Kammkater. Ich würde gerne Frau Bruns grüßen. Dann grüße ich nochmal Frau Brammer, die sich immer fleißig mit uns trifft. Herr Warnke, ja. Herr Warnke. Und wir wollen Herrn Mayer grüßen für die geilste Klassenfahrt. Frau Kammkater, Herrn Seiden, Felix Mayer, bin ich auch unglaublich geprägt. Herr Deters ist sowieso klar, ist der legendärste Typ überhaupt. Grüße Herrn Düsterwald, Frau Illing und den Hausmeister. Ich möchte auf jeden Fall noch Frau Illing. Wir haben uns wirklich das Abi gerettet. Ohne sie könnten wir kein Deutsch. Ich will einfach irgendwie alle grüßen. Also alle, die ich hatte und alle, die ich nicht hatte. Und ich grüße Frauenherr Harms. Und ich grüße Frauenherr Harms. Und ich grüße Frauenherr Harms.